Jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung, der Vermögens- und Einkommensplan der Generali. Bei den meisten Geldanlagen ist es doch so. Entweder ich zahle ein und kann flexibel entnehmen, oder ich zahle ein und bekomme irgendwann eine festgelegte Rente für meine Versorgung. Warum sollte ich mich für eins entscheiden? Ich habe für mich den Vermögens- und Einkommensplan abgeschlossen. Mit dieser Rentenversicherung kann ich Vermögen anlegen und mein Einkommen bestimmen. Wenn ich Mitte 50 eine Lebensversicherung ausgezahlt bekomme, dann lege ich mein Geld in meinen Vermögens- und Einkommensplan an. Auch Geld aus meinem Sparbuch und anderen Anlagen zahle ich ein. Mit dem Schieberegler bestimme ich meine Anlagestrategie selbst. Das gilt für meine Beiträge und mein Guthaben. Ich kann zwischen vier Anlagemöglichkeiten wählen. Konventionelle Anlage, Fonds, Exklusivanlage und Gold. Jetzt oder später. Ich kann grundsätzlich bestimmen, wann ich Einkommen erhalten möchte und wie. Zum Beispiel, wenn ich größere Wünsche habe. Dann lasse ich mir einfach Teile meines Guthabens auszahlen. Zum Beispiel für eine Reise. Oder ich schenke meinem Patenkind sein erstes Auto. Auch bei meinem regelmäßigen Einkommen bin ich flexibel. Die Zeit bis zu meiner gesetzlichen Rente kann ich mit einer zeitlich befristeten Rente überbrücken. Ab 67 oder wann ich will, lasse ich mir dann eine lebenslange Rente auszahlen. So ist mein regelmäßiges Einkommen gesichert. Auch bei Start der lebenslangen Rente kann ich noch entscheiden, ob mein Guthaben dafür sicherheitsorientiert oder renditeorientiert angelegt werden soll. Und solange ich noch nicht 90 bin, kann ich Auszahlungen erhalten oder weiter einzahlen, wenn ich zum Beispiel etwas erbe. Ich bin und bleibe also frei in meinen Entscheidungen. Und mein Geld ist in dieser Zeit nicht weg. Denn falls ich sterbe, wird das verbliebene Guthaben ausgezahlt. Erst mit Alter 90 fließt dann mein restliches Guthaben komplett in meine lebenslange Rente. Das ist gut so. Denn eine lebenslange Versorgung ist mir wichtig. Meine Rente kann viel mehr als Rente. Denn ich habe den Vermögens- und Einkommensplan der Generali. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Generali. Aus Versicherung wird Verbesserung.